Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Hat man als Medizinstudent wirklich kein Leben mehr? Und kippen die Medizinstudenten beim Präparierkurs reihenweise um? Ob diese und weitere Mythen rund um das Medizinstudium wahr sind, das werden wir uns jetzt gemeinsam in diesem Video angucken. Hört sich das gut an? Dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Mythos Nummer 1. Man braucht ein 1,0 Abitur, um Medizin zu studieren. Stimmt das oder nicht? Nein, es stimmt nicht. Natürlich ist es sehr von Vorteil, wenn du ein gutes oder möglichst sogar sehr gutes Abitur schreibst, aber du brauchst keine 1,0, um ein Medizinstudienplatz zu bekommen. Es gibt ja auch verschiedene Tests, also sogenannte Mediziner-Tests, mit denen du deine Note verbessern kannst, wie den TMS, den HAMNAT und den MEDAT. Und wenn du in diesen Tests gut abschneidest, dann kannst du deine Abiturnote rechnerisch verbessern und so deine Chancen auf einem Medizinstudienplatz verbessern. Und ab Sommersemester 2020 gibt es aber ein neues Zulassungsverfahren. Und wenn dich das interessiert, dann schreib das mal in die Kommentare. Wenn du dazu Fragen hast oder wenn wir dazu mal ein extra Video machen sollen, dann lass uns das unten in den Kommentaren wissen. Mythos Nummer 2. Man muss ein Überflieger sein, um das Medizinstudium zu schaffen. Aus meiner Sicht stimmt das nicht. Denn ja, aus meiner Erfahrung ist es so, dass gar nicht mal so sehr der Lernstoff selbst, also der Inhalt, den man so lernen muss im Medizinstudium, das Schwierige ist, sondern vielmehr die Menge, also der Umfang, was man alles auswendig lernen muss im Medizinstudium. Und da gibt es ja gute Techniken, wie man so viel Lernstoff in kurzer Zeit lernen kann, nämlich die ganzen Gedächtnistechniken, wie zum Beispiel die Gedächtnispaläste bzw. die Loki-Methode. Du kannst dir mehr Geschichten bauen und vieles, vieles mehr. Schau dich dafür auf unserem YouTube-Kanal um. Abonnier am besten auch gleich den Kanal. Und wir haben da ganze Playlists dazu erstellt für Gedächtnistechniken im Medizinstudium und wie du diese selbst anwenden kannst. Also da kann man was machen am Lernen selbst und da gibt es eben Techniken, mit denen du schneller und effektiver und langfristiger den Lernstoff behalten kannst. Und wir machen natürlich auch Merkvideos für dich, für den medizinischen Lernstoff. Wenn dich das interessiert, dann schau vorbei auf www.happyhippocampus.com. Wir haben da Lernpakete zusammengestellt mit Merkvideos zu Biochemie und zu Anatomie. Und die erleichtern dir das Lernen natürlich auch noch mal ungemein. Und was du natürlich auch machen kannst, ist, dass du dir einfach länger Zeit lässt. Es peitscht dich ja keiner durchs Medizinstudium und sagt, du musst das jetzt in zwölf oder dreizehn Semestern schaffen, sondern du kannst dir auch länger Zeit lassen, wenn du merkst, puh, du packst es einfach nicht, diese Stoffmenge in dieser kurzen Zeit zu lernen. Also, meine Antwort auf die Frage, nein, du musst kein Überflieger sein, um Medizin zu studieren. Und ganz viele meiner Kommilitonen waren auch Späteinsteiger, die keine Eins vor dem Komma im Abi hatten und die haben das Medizinstudium auch super gemeistert. Mythos Nummer drei, als Medizinstudent muss man mehr Abstriche machen als andere Studenten. Ist das wahr? Aus meiner Sicht ja. Also, ich habe zwar nicht den direkten Vergleich, ich habe nur Medizin studiert, aber aus meiner Sicht hat man einfach sehr viele Pflichtveranstaltungen im Vergleich zu anderen Studiengängen. Es gibt ja Studiengänge, in denen man keine einzige Pflichtveranstaltung hat und das ist im Medizinstudium eben ganz anders. Das ist ziemlich verschult noch. Also, man hat viele Pflichtveranstaltungen, bei denen man einfach anwesend sein muss und seine Unterschriften bekommen muss. Und außerdem hat man einfach auch eine riesen Menge an Lernstoff zu lernen, was in anderen Studiengängen jetzt aus meiner Sicht so nicht der Fall ist. Und deshalb würde ich schon sagen, dass man mehr Abstriche machen muss als Medizinstudent, weil man einfach mehr Pflichtveranstaltungen hat und weil man einfach viel Zeit braucht, um diesen ganzen Lernstoff in seinen Kopf zu bekommen. Mythos Nummer vier. Wenn man Medizin studiert, ist man nur noch am Lernen und hat kein Leben mehr. Stimmt das? Da habe ich ein bisschen überlegt bei der Frage und meine Antwort ist jetzt eher nein. Aber es kommt auch darauf an, in welcher Phase des Studiums man sich befindet und wie ehrgeizig und wie ambitioniert man das Studium angeht. Und gerade vor Examina wie vor dem Physikum kann es schon sein, dass es eine sehr, sehr intensive und sehr, sehr stressige Zeit wird, in der man an die eigenen Grenzen kommt und in der man nicht viel Zeit für irgendwas anderes hat. Aber dem gegenüber gibt es auch Phasen wie die Semesterferien zum Teil oder die Phasen während des Semesters selbst, in denen man das Ganze recht entspannt angehen kann. Und deshalb würde ich auch sagen, man hat im Prinzip immer Zeit noch für Hobbys, für Freizeit, für Sport, für Freunde, also um irgendwas zu machen, was einem gut tut. Und deshalb würde ich bei diesem Mythos sagen, dass er eher nicht stimmt. Aber wie gesagt, es kommt natürlich auf den individuellen Fall an. Und wenn dich das Thema interessiert, wie viel Freizeit man im Medizinstudium so hat, wie viel man wirklich lernen muss, dann schau dir unser anderes Video zu dem Thema an. Ich versuche dir das mal hier oben zu verlinken. Wenn nicht, findest du es unten in der Beschreibung. Und da habe ich dir schon ganz ausführlich meine Erfahrungen mitgegeben zu diesem Thema. Wie viel Freizeit hat man im Medizinstudium wirklich? Und auch hier kann man sich das Leben natürlich leichter machen, wenn man mithilfe von Gedächtnistechniken lernt, weil das Lernen dann einfach schneller und auch effektiver geht. Das bedeutet, man muss nicht so oft wiederholen und spart sich dadurch einfach Zeit. Also, ich kann es dir wirklich empfehlen. Schau mal hier in unseren YouTube-Kanal rein und schau dir da die einzelnen Videos zu den Themen an. Mythos Nummer 5, der sich vor allem bei den Verwandten und Bekannten von Medizinstudenten sehr hartnäckig hält, ist, ein Medizinstudent weiß über alle Krankheiten Bescheid. Stimmt das? Nein. Also, ich kann mich erinnern, gerade in den ersten Semestern, in der Vorklinik, in den ersten vier Semestern, man hat ja keinen Plan von irgendwelchen Krankheiten. Man lernt ja erst mal, wie der Mensch aufgebaut ist, wie er funktioniert im gesunden Zustand. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich dann oft gefragt wurde von Verwandten oder Bekannten, du sag mal, du studierst doch Medizin. Was kann ich denn da jetzt machen bei der und der Krankheit? Und ich habe das und das. Und was soll ich denn da für ein Medikament nehmen? Oder so ähnliche Fragen zumindest. Und ich habe mir immer gedacht, ja, ich studiere Medizin, aber ich habe ja gerade noch keine Ahnung von diesen ganzen Krankheiten. Und ja, zu einem späteren Zeitpunkt im Studium kann das natürlich anders aussehen. Gerade, ja, wenn es aufs zweite Staatsexamen zugeht, da lernt man ja im Prinzip für dieses Staatsexamen einmal alle Krankheiten. Wenn du an diesem Punkt im Medizinstudium stehst, dann würde ich sagen, weißt du natürlich schon viel mehr über viel, viel mehr Krankheiten. Aber dass man sich jetzt über alle Krankheiten im Detail auskennt, soweit kommt es meistens nicht im Medizinstudium. Mythos Nummer 6. Die Studenten kippen beim Präparierkurs reihenweise um. Ist das wahr? Nein, aus meiner Erfahrung nicht. Klar ist es bei manchen so, dass es beim ersten Mal beim Präparierkurs, dass einem vielleicht ein bisschen mulmig sein kann. Also der Präparierkurs ist ja der Kurs, wo man Leichen präpariert, also menschliche Leichen, wo man da die einzelnen Schichten abträgt und die einzelnen Strukturen freilegt und präpariert und anhand von diesen Leichen die Anatomie lernt. Und ja, natürlich kann es sein, dass einem da bei den ersten Malen ein bisschen mulmig wird oder vielleicht ein bisschen übel. Bei mir persönlich war das nicht so richtig der Fall. Ich fand es einfach nur seltsam erst mal diese neue, ungewohnte Situation. Da liegt eine menschliche Leiche und jetzt soll ich da auf einmal rumschneiden mit dem Skalpell. Das war seltsam am Anfang. Man gewöhnt sich dann aber auch recht schnell dran. Das Einzige, was ich jetzt mitbekommen habe aus meinem Umfeld, von meinen Kommilitonen, war, dass einer Kommilitonin beim ersten Präparierkurs ein bisschen übel geworden ist und sie ist dann auch mal rausgegangen an die frische Luft, hat ein bisschen frische Luft geschnappt und dann war es aber auch wieder gut. Und genau, also ich persönlich habe aus meinem Umfeld jetzt noch nicht gehört, dass irgendjemand umgekippt wäre beim Präparierkurs. Kann natürlich aber wahrscheinlich sein, dass das mal passiert und ich würde dir auf jeden Fall raten, wenn du deinen Präparierkurs hast und merkst, mir wird irgendwie gerade schlecht, versuch nicht irgendwie stark zu sein, sondern sag es vielleicht jemanden und geh raus, setz dich draußen irgendwo hin oder schnapp frische Luft und dann wird es in der Regel, denke ich, schnell wieder besser. Und man gewöhnt sich da wirklich total schnell dran an diese Situation und das war dann eigentlich für keinen ein Problem mehr nach den ersten paar Kurstagen. Und last but not least, Mythos Nummer sieben. Im klinischen Abschnitt des Medizinstudiums wird alles besser. Ist das wahr? Da konnte ich mich nicht so richtig auf eine Antwort einigen, sozusagen. Meistens ist es ja so, dass man am Anfang des klinischen Abschnitts, also so im fünften Semester und im sechsten Semester erst mal so Fächer hat wie Mikrobiologie und Pathologie. Und ja, die sind meistens nicht so beliebt. Mir haben sie jetzt auch nicht so eine riesen Freude gemacht und demgegenüber fand ich viele Themen in der Vorklinik echt interessant. Also ich fand es total spannend, wie unser Körper aufgebaut ist und was das für ein geniales Wunder ist. Also ja, und ich fand den Stoff in der Vorklinik wirklich sehr, sehr spannend, aber es war halt auch sehr stressig zum Teil in der Vorklinik, sehr lernintensiv, gerade vom Physikum. Und das wurde dann in der Klinik insgesamt schon besser, würde ich sagen. Also da waren dann nicht mehr ganz so viele Praktika und nicht mehr ganz so viele Testtate während des Semesters. Und ja, es wurde irgendwie entspannter. Und das Lernen war dann auch nicht mehr so kompliziert. Man musste nicht mehr so viel verstehen, sondern eigentlich hauptsächlich auswendig lernen, was man eben bei welchen Krankheiten so macht. Die Antwort auf diese Frage, die liegt also wohl im Auge des Betrachters. Manche finden die Vorklinik schrecklich, manche finden sie total interessant und umgekehrt mit der Klinik. Also würde ich dir vorschlagen, mach dir da dein eigenes Bild, falls du auch Medizin studieren möchtest oder vielleicht schon Medizin studierst. Jetzt würde mich noch interessieren, wie sind deine Ansichten und Erfahrungen zu diesen einzelnen Mythen? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare oder als Antwort unter unseren heutigen Instagram Post. Ja, mich würde es total interessieren, wie du das Ganze siehst und was du so für Erfahrungen gemacht hast. Und schreib mir natürlich auch noch gerne, wenn du noch irgendwelche Fragen hast. Ich wünsche dir jetzt alles Gute und viel Spaß beim Medizinstudium. Mach's gut. Ciao.